ja auch schon wieder jetzt gedacht das zweite video wird direkt hinter dem ersten aufgenommen wir haben ein pre-release kit und drei booster von farbenschock der große hunt nach dem pikachu oder nach einer amazing rare ist natürlich gegeben wir haben ganze sieben booster zum öffnen und hoffen natürlich auf was amazing das ja was richtig richtig gutes aber wisst ihr was was ich unbedingt haben möchte bitte lasst das klug hier drin sein die promo klug wie schön wärst du in meinen armen 3 2 1 was guckt uns denn hier an leute feurig glitzerndes bluerack feurig scharfes klug da muss man gleich mal reingucken hier gleich mal in das feuerstaat wird ich jetzt gerne mit der karte stehen in eure text natürlich gleich les uns den ganzen burschen noch mal genauer an also ihr seht hier kampf sind fähigkeit einmal während deines Zuges kannst du die obersten drei Karten deines Texts anschauen und eine davon auf deine Hand nehmen. Lege die anderen Karten auf deinen Ablagestabe. Also bloß eins Karten und aus du guckst drei Karten an und nimmst eine auf die Hand. Klingt schon verlockend zu stark. Farbenschock. Kluwack. Und im ersten Opening hatten wir den guten Kluw-Texo als Reverse. Ich hoffe jetzt ziehen wir noch Glomanda. Das wäre doch das Träumchen. Wenn wir jetzt hier noch ein Glomanda in Reverse ziehen, was geht Schöneres. Also, mega gut. Wir gucken mal hier noch so rein, was da noch alles drin ist. Wir haben Delion als Rare. Wir haben Papela ankommen. Wir haben Nio ankommen. Sanya ankommen. Glomanda, gibt euch den kleinen Burschen an. Ah, ist der nicht Goldig. Oh, der brennt die Hölle. Glutexo zweimal. Wir haben sogar noch zwei Kluwacks. Kluwacki. Also, ich glaube, jeder möchte am liebsten nur noch diese Starterdecke öffnen. Zwei Kluwack-Rares noch neben dazu. Forschung der Professors. Davon haben wir reichlich. Als normale Rares. Dank unseres Champion Paths und wir haben wieder Pikuta als Fisch und wir haben Urgell noch als hinterher. Und wir haben den Code. Viel Spaß mit eurem Online-Ziebdeck. Ich hoffe, ihr habt Glück am Zieb auf mein Kluwack. Das ist mal dein. Ah, sorry. Erstes Booster-Päckchen. Code für euch. Darkness-Energie Gedächtnis-Cups Planas Pot-Watt Schuppert Fun-Pi Samurzel Pikuta Flecknoil Dialga Reverse-Rare Huff Zerscheppert Ob die Attacke hat alles vernichtet. Und Bambross Rare Non-Holo Ja, mich würde mal interessieren, wie ihr wieder das neue Setup findet. Die Kamera und das neue Stativ ist ein bisschen anders als die vorigen Videos. Kann man das jetzt hier besser erkennen. Ist die Karte für euch zu klein oder ist das genau richtig so, wie es jetzt gerade ist? Und man sieht ein bisschen auch mehr von der Arbeitsfläche, sage ich mal. Und man kann hier auch noch das ein oder andere Objekt hinlegen und zeigen. Blitz-Energie Potrott Schönheit Zvier Zvier Klopp Tannhel Whale Mart Hollio Kandovil Riolu Zvier 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 Finst Holographic Aware Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid gesund und seid nicht von ihren doofen Corona Belästigungen von ihren Corona Sachen belästigt worden Kampfenergie Potrott Schönheit Zvier Klopp Whale Mehr Rotomurf Flurme Linkader Filino Reverse Potrott und normale Rare Pampros Non-Holo So far waren die Booster Dafür aber Müll die wir hier drin haben Keine V-Max Keine V Gar nix Aber einfach nur das Klu-Rack-Stator drin Aber hey Klu-Rack-Stator nur Kampfenergie Tonnener Rotom Urgel Potrott Haul New Ganovil Violo Castador Zwirlicht River Splanas und Metacross Ohja Uns bleiben noch 3 Packs übrig Code Karte für euch Wasser Energie Rügel Potrott Steinenergie Mautzi Yanmar Funpi Pippi Fritzeblitz Teleskopisches Visier Reverse Flammara Rare Holographisch Vorletztes Päckchen Code für euch Access Kate Urgel Nio Deimo Flecknoil Evoli Howei Fritzeblitz Ploptopus Planas Reverse Ich glaube unsere Ditte schon gefüllt Und eine 2K Non-Rare Holographisch nochmal Letztes Booster Last Pack Magic Da bin ich Zuversichtlich Da muss Einfach Jetzt Ne B-Karte Drün Sein Ansonsten Hat er Nur Ein Klorak Drün Blitzenergie Schönheit Magna Methan Riolu Kastatur Zierlicht Otaro Protomove Reverse Unratotix Und wir gucken uns jetzt gemeinsam von unten nach oben an ob wir was Martitellit Vimex Full Art Ja da kann man sich nicht beschweren ja natürlich ja natürlich ja natürlich ja natürlich Zum feierlichen Abschluss Martitellit Vimex Full Art und ein Klorak Promo Ich wünsche euch da draußen alles Gute bleibt gesund und habt Spaß mit eurem Farbenschockset Ja 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 Ja